Deine Lieblings-Toys sind zurück. Was? Was soll das? Oh nein. Oh ja, bis zu Unkenntlichkeit und noch viel weiter. Seht jetzt eine exklusive Szene aus Toy Story 3. Ach, gib's auf. Niemand kann dich hören. Was? Ich hab gesagt, niemand kann dich hören. Was? Er hat gesagt, niemand kann... Schreit doch nicht so! Woody, da bist du ja! Er darf uns nicht entkommen! Star Command, ich bin Gefangener meiner Gefangener! Schön festhalten! Los, schraub ihn auf, da ist ein Schalter! Lasst mich los, schergendes Zug! Vor dem Galaktischen Rad werdet ihr keine Gnade finden! Das funktioniert nicht, was ist da los? Wo ist die Anleitung? Ich hab's gleich, unter dem Schalter ist ein Loch. Okay, und weiter? Führen Sie nun eine Büroklammer oder einen spitzen Gegenstand. Dein Finger! Und was jetzt? Ja, ja, gleich! Achtung! Nicht länger als fünf Sekunden gedrückt halt! Ich bin unschuldig! Pitácora Espacial. Me he despertado del hipersueño en un planeta extraño. Was hast du mit ihm gemacht? Das, was ihr mir gesagt habt! Estoy rodeado por Kriaturas extrañas y desconozco sus intenciones. ¿Quién anda ahí? Amigo? O enemigo? Amigo! Wir sind alle Amigos! Me debo de haber estrellado y se me ha borrado la memoria. Haben visto mi nave espacial? Er ist falsch gepolt. Und wie polt man ihn richtig? Das, was da steht, kommt mir Spanisch vor. Wir dürfen keine Zeit verlieren, komm mit El Paso! Mi nave? La encontraste? Excelente! Viel Glück, Cowboy! Hört mal her! So schnell wie möglich auschecken! Kein Toy wird zurückgelassen. In Disney Pixals Toy Story 3. In ausgewählten Kinos in Disney Digital 3D und IMAX 3D.